so leute willkommen zu einer weiteren folge let's nein nein der sound war letztes mal in der aufnahme viel zu laut ist mir auch aufgefallen und da hat sich nicht mehr hier abend an Prozent also um ich habe hier gespürt dabei ist und die Aufnahme an dem ich gerade um zweifelten Frau und ich muss gleich zu forschen und Jo weil ich würde gelaufen weil ich muss heute Morgen um voll aufstellen, weil ich heute muss von morgens. Und ja, und dann habe ich irgendwie, vielleicht konnte ich ja nicht pennen, hab dann irgendwann 2 Uhr geschlafen und dann kam ich halt zurück und dann hab ich mir so gedacht, ja um 11 Uhr, ja, leg dich nochmal hin, schläfst du bis 1 Uhr, ja. Und dann bin ich jetzt aufgewacht. Das ist natürlich sehr schön. Aber trotzdem nehme ich jetzt in der Fall, ich singe Play auf, weil ja, sonst käme es jetzt viel zu spät und die Farbe ist soweit schon, das ist so geil. Mit dem Knochen. Alter, richtig schön, richtig schön. Vielleicht schaffen sie mal heute laufen zu lassen. Ähm, leider muss ich immer wieder escape dringen. Und meine Maus ist so, wenn man Computer auf Standby, geht sehr lange. Ja, danach, es gibt ja erstmal Standby und dann das richtige Standby, quasi, dass er wirklich Energiesparen macht und sowas. Dann funktioniert meine Tastatur nicht mehr, sie funktioniert zwar noch, aber das Display da, wo meine Uhrzeit und so angezeigt wird, geht nicht. Deswegen muss ich mal escape dringen und da unten in die Uhrzeit zu gucken, ähm, damit die Folge halt nicht zu lang oder zu kurz wird. So, ja, ähm, wie wir halt immer noch dabei sind, wie eigentlich hier der Folge, ähm, da oben, kommen. Aber, Nummer 10, Nummer 1, die Getreidefarm, weil sie müssen wir jetzt weiter laufen lassen. Aber, ähm, vorher schlachten wir noch ein paar Kühe ab. So, aber vorher wäre eigentlich Getreide, weil das so viele sind. Hm, okay. Wisst ihr was? Ich nehme mal noch den Knochen. Und, ähm, und dann, ähm, machen wir das mal jetzt hier Ende. Dann, in dem Gelände hier. Das muss jetzt laufen. So. Hm, das hier. Ich hab so viel. Ich kann ja so viel hier machen. So. Hui, das ist ja so viel. Ähm, ich betätige sie jetzt einfach auch. Ähm, da ist einiges Verlust drin, aber... Ja, ich warte noch. Warte. Ich bin echt ein Held. Wisst ihr das? Na toll. Mache ich hier meine eigene Farm kaputt? So. Weg. Weg. Nein. Ähm. Ah, ich hab's sogar kaputt bekommen. Perfekto. So. Da kann ich euch aus jeder Lage noch raus. Ähm. Lass uns schweigen. Ich möchte mein Schwer endlich kaputt machen. Dann, weil ich mag's nicht so halb. Sonst schmeiß ich's gleich. Ich töt jetzt das Schwein. Wenn's dann nicht kaputt ist, schmeiß ich's einfach hin hier. So. Weil, bevor ich das auslösen, jetzt eine Mine mitnehme. Ja, gleich geht eigentlich für die Spiffwacke. Aber, baum. So. Hüpf, 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 hüpf. So. Und an allen Dingen immer noch am Sack gehen wegen Scheiß. Hexit. Hexit kommt erst dann wieder, wenn Nordop Zeit hat zum Aufnehmen. Wir haben vorproduziert für eine Woche ungefähr. Mehr konnten wir leider nicht. Ähm. Weil, äh, wir mussten ja das Gegenteil, die Bild und sowas senden. Und da kann man halt nicht so ewig weit von produzieren. Und wir haben gemacht, was wir konnten. Und jetzt, äh, Nordop ist halt nicht da. Also er hat keine Zeit aufzunehmen. Aber er sollte demnächst irgendwann mal doch Zeit haben. Und dann machen wir eine schöne Aufnahme. Dann wieder Hexer. Das sind mehrere. Also quasi chillt euer Leben. Hexit kommt dann wieder, wenn Nordop da ist. Quasi. Äh, jo. So. Tür zu. Gut, äh, ja. Ich habe in den Umfragen, äh, quasi was ich eigentlich als nächstes Projekt machen soll. Ähm. Äh, es gab eigentlich, äh, ein paar Projekte, die mir gefallen haben. Äh, das erste Projekt war, hat immer geschrieben, ich weiß leider nicht mehr, wer tut mir leid. So, ich hätte eigentlich, ich hätte geguckt, wo er es war. Aber, wie gesagt, ich bin gerade, denke ich gerade nicht dran, ähm, dann Baumhaus oder sowas zu bauen. Ganz früh am ersten... Ja, echt jetzt neben der Spur. So. So. Jetzt langsam erst nicken, damit dir nichts kaputt geht. So. Ähm. Oh Gott, jetzt ist das Telefon. Jo, äh, deswegen suche ich auch fast gleich. Ja, äh, willkommen zurück. Du leidest, dass das Telefon klingelt hat. Ähm, sehr total verpeilt. Und ja, erstmal Baumhaus hier. Dann, ähm, generell halt, hier haben viele gesagt, ich soll einfach mal hier so ein paar Häuser noch hinmachen. Einfach so, so ein bisschen nebindig machen hier. Ähm. Die Frage ist, hier ist es einfach, hier ist es sehr dunkel. Also, keine Ahnung. Ähm, hier ist es halt sehr dunkel. Was mich mal unterstört, da spawnen mal recht viele Monster, die dann noch überleben. Generell ist hier die Fläche nicht perfekt für, äh, eine Stadt. Also, da habe ich generell keine perfekte Fläche für eine... ...richtig große Stadt oder ähnliches. Und, ähm... Oh, guck mal. Was ist das? Enderman. So cool. Ähm. Keine Ahnung. Deswegen... Ich überlege trotzdem, ...einen Leuchtturm nämlich erstmal hier hinzumachen. Nämlich da oben. Und, äh, der ist natürlich dann aus weißer und roter Wolle, dann so abwechslend hochgedreht. Also da, also... Keine Ahnung wohin, also kann auch da oben sein. Also ein Leuchtturm einfach generell. Auch hier wäre ein Leuchtturm echt cool. So. Und da oben sieht man den schlecht. Also, äh, deswegen... Einzige, was ich brauche, ist halt, ähm, rote Farbe. Und halt dann Schafe habe ich ja schon genug. Da habe ich eine Farm. Problem ist nur, ich weiß nicht, womit man nochmal Schafe... Warte, ne, mit Weizen. Da hat man die auch weiter deswegen. Auf jeden Fall, jo. Dann... Ja, lohnt sich die Farbe schon so mal? Ja. Oh, Mann! So. Raus wieder. So. Ich mache es jetzt als zum ersten Mal läuft die Farm jetzt. Also. Staudt mit. Und jetzt geht's nicht. Hui! So, und bleib am Rand da liegen, das ist klar. Klar. So, die samm ich mal direkt ein. So. Gut, aber funktioniert. Ich fand echt super. Dann machen wir die mal zu wieder. So. Dann mal gucken, ob das Ausspucksystem... Ja, auch sehr gut. Super. So, alter, egal. So richtig viel jetzt wieder sofort wieder anpflanzen. Das ist das Wichtigste, damit jetzt die ganze Zeit, wenn ich hier im Chunk auch bin, dass es wieder weiter wächst. Ähm. So. So, 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 so. So. Perfekt. Dup, 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 dup. Das ist gleich eigentlich geschafft. So, erste Seite. Perfekt. So. Seeds hab ich ja echt jetzt im Über, weil ich find's auch gut eigentlich geregelt wird, dass man auch immer genug Seeds hat. Nicht, dass dann man baut Weizen ab und hat dann ganz seltenen Seeds, was dann ziemlich nervig wäre. Wenn man halt immer echt genug Seeds hat. Dup, 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 dup. Das muss man jetzt auch schon in dem Ende. So. Perfekter, perfekter. So. Direkt hier den Kühen geben und danach die Anwachsenden Kühe schlachten. Wenn ich wirklich eine Leuchttur mit euch mache, was ich, glaube ich, sogar anplane, kann ich euch jetzt schon mal Weizen geben. Ich hüpfe mal von hier oben rein. Mein Gerand da echt. Das ist wie einsam und so. Aber ich verschwende echt viel XP. Geh weg. Wow. Ich hab' ich selber Schaden gemacht, weil ich mich selber im Block eingebaut hab. Nein. Ich setze raus. Dann tot für dich. So. Einfach, bist du raus? Ja. Dann tot. Dump, dump. So, habt ihr alle gehört? Perfekt. Alle ohne, einer hier noch ohne Liebe. Warte an, ich wollte umbringen, ähm. Tot, tot, Kühe, tot. Oh, ich hab' das Baby umgebracht. So, ähm. Der kann ein paar, kann ich nur umbringen. Ich hab' genug Babys eigentlich, kann man mal alle umbringen, ja. Für die Babys sind das. Und sieben Babys. Ähm, da bricht nur eine Kuh um. Dann passt das auch. So. Wie alleine. Mh, hier ist ja mir nur eine Mutter. 16 Leder. Sehr gut. Ähm. Das ist echt sehr, sehr, sehr gut sogar. Ähm, aber unser Holzbange ist signifikant hoch immer noch. Oh, also warte. Ähm. Nicht nur hoch, sondern... Ich hab' gar kein Holz mehr. Scheiße. Ähm. Jo. Nicht gut. Ich hab' wirklich gar kein Holz mehr. Nein. Ich muss hier unten mal einen Baum... Hab' ich Sepplings vielleicht? Nachgleich. Ähm. Natur, Natur. Normale werd' ich doch haben. Ja, auch Sepplings. Ähm. Als Übergang platziere ich mal hier. Hier. Und hier. Einfach mal so erstmal. Dann pennen. So. Aber man kann ja Monsters bauen. Und danach muss ich ganz kurz ein bisschen weiter weg von der Map. Aber, äh, Dschungelholz sollte es eigentlich auch tun. Ich darf halt damit nicht bauen, sondern halt verkraften. Deswegen. Jo. Gut. Dann hab' ich bei der Weizenfarbe vor mal weiter. Mal gucken, ob es schon ein bisschen gewachsen ist, teilweise. Ja, seht ihr? Guck mal, das verwerkst schon direkt wieder ein bisschen. Das ist natürlich sehr schön. Aber das sind doch ein paar normale Bäume. Ja, ich will direkt mitnehmen. So. Ich plündere die Natur. Und weg. So, dann haben wir auch den Rick noch. Aber eigentlich krieg ich gern ein bisschen mehr Holz. Also, ich kann das hier noch zum Bau nehmen, falls ich... Weil den steck ich mal direkt drauf. Und hier halt noch Dschungelholz. Ich nehm mal den hinteren Baum. Dann, ähm... Stört's auch nicht, wenn der so hießlich abgebaut ist. Aber das ist nur ein bisschen normal. Koppelt aber, aber egal. Tim was mit mir denn natürlich hier OP. Nee. Warte ich da drauf springen, weil dann kann ich mich noch ein bisschen bedienen. Von den oberen Schichten. So, perfekto. Hey. Oh, da liegt jetzt ein bisschen Holz unten noch. So, nochmal 20. Perfekt. Ah, okay. Aber wie gesagt, ich feine jetzt noch Dschungelholz. Ähm, hier mal verd... Na, der ist... Nee, der ist okay. Nö, der ist okay. Ich kann mich ja wie so eine Leiter hochmachen. Vielleicht kann ich den dann gezielt so abbauen. Stimmt, wenn du so ein Leiterstil, kann man den gezielt abbauen. Und den dann komplett wegmachen. Das wäre echt interessant. Stimmt, das funktioniert. Echt interessant. Das könnte man... Ein Supermann von oben da unten wieder. So. Aber wie schnell man hier Holz fahnt, trotzdem kann man das dann später schnell entfernen. Schon der Krone angekommen. Guck dich, das waren das echt genial. Hui, ich bin schlau. Ich komme ja heute. Ähm, flafen wir. Scheiße. Und sogar in einer halben Stunde kommt mein Bus, weil ich dann losfahre. Ähm, damit die Folge machen wir jetzt noch 5 bis 10 Minuten eigentlich nur. Ja, 5 Minuten jetzt noch. So. So. Okay, perfekt. Dann, ähm, hier nochmal Junglewood. Das mache ich mal auch direkt hier. Davon habe ich dann auch hier 2 Stacks. Das tue ich direkt in die Holzkäste. Perfekt, dann nehme ich das Junglewood zum Verbrauchung von Saumwitz. Zum Beispiel Truhen, Crafting Table, Bücher, etc. Normaler Holz kann ich dann noch zum Baum benutzen. So. In einer anderen Folge kümmere ich mich mal da oben drum, dass es wegkommt. So. Ähm. Äh. So, okay. Dann, ich muss ganz kurz hier noch überlegen, wie ich das im Bissens noch nicht tue. Aber jetzt erst mal... Ne, das kommt rein. Und das kommt da rein. So. Dann aber, ich muss noch ein bisschen entsorgen hier. Aber ich habe noch Mob Drops ein bisschen. Waffen. Okay. Ähm, jetzt kann ich so eine Türe rein. Das brauche ich gar nicht. Ich weiß nicht, habe ich noch ganz viel. Wo ist meine Essenstruhe? Habe ich Essenstruhe überhaupt? Habe ich Essenstruhe überhaupt? Ich glaube, nein. Eigentlich blöd. Wieso habe ich keine Essenstruhe? Ich habe hier eine Doppeltur noch frei. Warte mal. Ja, Junglewood bietet sich dann direkt an. So. Essen habe ich wirklich kein Essen. Natur. Natur habe ich jetzt wahrscheinlich reingetan. Ja, Natur. Okay, dann haben wir jetzt die letzte Truhe dann auch vergeben, endlich. Hältchen Glückwunsch. Und. So, Schilder. Wahrscheinlich hatte ich noch welche. Und dann Essen. Dann ist wieder bei Holz Rest rein. Wahrscheinlich habe ich noch Schilder gehabt. Natürlich, ich hätte sogar noch zwei Truhen. So, ich muss mal eine Pumpkin zieht es drin. Das war alles nom nom raus. Das gehört auch nicht hin. Das auch nicht. Das auch nicht. Ähm, doch, es gehört rein. Ähm, Essen. So. Essen, Essen. 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 Das gehört zu. Noch, du glaube es noch. So. Perfekto. Also dann. Jetzt Leder hier. So. Vor fünf Stück. Ach, wahrscheinlich kommt er wieder. Ach. Natürlich kommt der Papier hin. Ich steppe. Das ist jedes Mal. So, Paper. Ähm, mache ich mal direkt Neues. Machen wir es mal anders. So, 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 so. Und dann schenke ich das wieder auf. Gut. Dann wäre jetzt auch genug. Gut. Dann, äh, jetzt Leder rein. So. Und fünf. Ach, ich bin mal wieder wahrscheinlich blöd. Ah, okay, stimmt. Die ist sowas, nämlich. So, diesmal kommen 16 Bücher, kamen jetzt rum. Das ist natürlich geil. Und, so. Dann würde ich das schön splitten. Dann fällt das jetzt hier. So, so. Und wo tue ich die Restbücher hin? Holz-Restbücher, kann ich mal sagen. Oder? Nein! Wir kamen raus. Oh, gut, es kamen drei Bücher wieder raus. Und? Und? Oh, Gott, Holz, ähm. Kommen wir da rein. So. Alles Rest. Dup, dup. Fue ich auch einfach rein, dann eine Natur. So, dann, ähm. Wie habe ich zehn Schilder? Oh Gott, fuck, egal. Ähm. Und? Und dann fünf Bücherregale wieder. So, so. Wie viele Bücherregale braucht man zum Enchanten? Ich gucke mal ganz kurz nach. Danach beende ich auch die Folge schon. Enchanten. Ähm. Gibt mir eine Sekunde, weil ich möchte jetzt nicht so viele Bücherregale machen, ne? 15. Mit 15 gibt's Level 30. Eine Sekunde noch. So, man kann's auch auf die Ecken machen, seh ich. So. 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 So, wie hoch kann ich jetzt schon ein Enchanten? 26. Ich glaube, wie viel ist das jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, dreizehn. Dreizehn. Nur noch zwei Bücherregale und wir sind fertig. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich sehr geil sogar. Leute, die sind auch schon gewachsen. Leute, die sind alle schon gewachsen. Wieso so schnell? Okay, dann, äh, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Etwas, äh, sehr verbrannt. Aber trotzdem, man hat viel geschafft, die Folge. Ähm, zum Beispiel auch die Farben richtig betätigt. Und, ja, ich hab, wie gesagt, eure Idee noch zu Herzen genommen. Äh, mit dem, oh, weil das hab ich immer schon geblendet. Das mach ich ja irgendwann mal. Die Frage ist, wie ich das umsetze. Erstmal mal so ein Leuchtturm da. Und, ja, dann gucken wir. Gut, dann wird das jetzt erstmal hier abfallen alles. Und, ja, vergiss nicht, einen Kommentar oder eine Bewertung da zu lassen. Ähm, lass mal, könnt mal ruhig diskutieren. So, über insgesamt Enchanting. Was haltet ihr davon? Und, ähm, quasi, was habt ihr schon für Erfahrungen gemacht? Weil ich hab zum Beispiel schon oft erlebt, dass, wenn ich Level 15 was gemacht hab, trotzdem mal nur Sharpness 1 bekommen hab. Und so ein Möller halt die ganze Zeit. Das ist echt echt. Erst ab Level 30 ist wirklich episch dann. Jo, und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.